Hallo und willkommen zum ersten Publisher-Video, diesmal mit Publisher 2010. Erstmal eine grobe Übersicht über dieses Programm. Wenn man mit dem Publisher das erste Mal startet, dann sieht man hier nicht sofort die Arbeitsoberfläche, sondern man muss erstmal entscheiden, was möchte ich denn eigentlich machen. Möchte ich ein normales, leeres Arbeitsblatt haben oder möchte ich vielleicht schon eine Vorlage, die vorgestaltet ist, eröffnen, wie zum Beispiel Broschüren. Hier gibt es schon Broschüren, die sind fast fertig und die hier entsprechend erstellt. Dann ist hier praktisch schon Blindtext drin, den man überschreiben kann. Hier sind Überschriften drin, die brauche ich auch nur überschreiben. Die Spalten sind hier schon vorgefertigt und ich muss hier mich nur auf den Inhalt konzentrieren. Auch die Bilder kann man entsprechend dann löschen und durch andere ersetzen. Ich kann aber noch sagen, ich möchte hier ein eigenes Format erstellen. Ich könnte sagen, ich möchte hier kleiner werden oder ich möchte hier auf ein DIN A3 Format kommen. Ich kann aber auch sagen, ich möchte das benutzerdefiniert machen und kann dann hier die Breite und die Höhe selber bestimmen. Ich zeige mal noch andere Formatvorlagen. Ich habe hier zum Beispiel noch Etiketten oder hier Grußkarten, hier eine Weihnachtskarte. Hier ist schon vieles vorgefertigt und man muss es eigentlich nur überschreiben. Ich fange hier mal mit einer normalen weißen Fläche an, DIN A4 Größe und man sieht jetzt hier schon, die Aufteilung von dem Programm ist fast genauso wie in Word. Man hat hier also einen Hintergrundbereich unter Datei. Man hat hier auch die einzelnen Positionen, Neu, Drucken, Speichern, Senden, genauso wie man es im Word gewohnt ist. Und dann der Vordergrundbereich unter Start, Einfügen. Hier sind natürlich manche Dinge nach vorne gerutscht. Also gerade bei Einfügen, das sind praktisch die Grafik, Tabelle, Formen, Textfelder braucht man hier häufig in den Startreiter gerutscht. Man fängt hier nicht so einfach an. Das heißt, es funktioniert zwar schon, wenn ich hier zu schreiben beginne, dass sich dann automatisch ein Textfeld erstellt. Aber so arbeitet man hier im Publisher eigentlich nicht. Wenn man hier etwas schreibt, dann erstellt man ein Textfeld, zum Beispiel für eine Überschrift. Und dann wird die entsprechend im Textfeld oder mit dem Textfeld positioniert. Genauso wie Grafiken, die man hier entsprechend einfügen kann. Und der Vorteil ist hier, ich muss das Bild nicht zuschneiden. Ich kann es hier einfach über die Ecke ziehen. Und beim Ausdruck würde das Ganze dann entsprechend so aussehen. Und ich kann aber dieses Bild, wenn ich es noch nicht brauche, hier draußen parken. Genauso wie Textfelder. Und dann, wenn ich es später brauche, hier entsprechend im Dokument positionieren. Was man hier ebenfalls noch gut machen kann, ist unter Ansicht, Layout-Führungslinien. Man kann hier sagen, Seitenentwurf-Führungslinien. Und dann habe ich hier ein Raster, was ich mir hier einstellen kann, wo ich zum Beispiel hier dieses Bild entsprechend ausrichten kann. Also es hängt sich hier praktisch ein, wenn ich hier in die Nähe mit der Maus komme. Und habe dann hier praktisch eine bessere Möglichkeit, hier mich an diesen Layout-Linien zu orientieren. Ich kann das auch mit Textfeldern machen. Das kann ich hier unten anheften. Und dann kann ich hier dieses Feld hier rauf und runter verschieben, ohne dass ich jetzt genau diese Linie nicht treffen würde. Was ich hier noch machen kann, ist den Hintergrund entsprechend einfärben. Man sieht ja schon, die Textfelder sind auch alle durchsichtig. Die muss ich nicht extra durchsichtig formatieren. Ich kann das auch übers Textfeld schieben. Hier muss ich allerdings aufpassen. Hier ist das Bild im Vordergrund. Hier muss ich dann sagen, Ebene nach vorne. Und dann ist dieses Textfeld, ich mache mal die Schrift größer, ist dann wieder sichtbar. Hier ist das Bild im Vordergrund.